Wissen Sie manchmal nicht mehr, wo Ihnen der Kopf steht? Mit der HIRT-Methode erreichen Sie persönliche Zufriedenheit und beruflichen Erfolg. Sie steigern Ihr Wohlbefinden und Ihr Einkommen. Fordern Sie Informationen und Unterlagen per Telefon oder Internet an. Die leicht verständlichen Studieninhalte lassen sich unmittelbar in die Praxis umsetzen. Die neuen Strategien der HIRT-Methode beziehen sich unter anderem auf Zeit- und Lebensplanung, aktive Zukunftsgestaltung, Mentaltraining, Kreativitätstechniken und Führungsinstrumente. Alle Strategien ergänzen und potenzieren sich in Ihrer Wirkung. Sie steigern Ihre Leistungsfähigkeit, lernen sich und andere besser kennen und nehmen Ihre Umwelt klarer und positiver wahr. Ihr Zeitgewinn ist schon nach wenigen Tagen größer als der Aufwand für Ihr Studium. Während des sechs- bis zwölfmonatigen Studiums werden Sie persönlich betreut. HIRT-Institut. Seit 1953 im Dienste erfolgsorientierter Menschen.